Glühender Asphalt und heiße Schlitten. Lara war für euch bei den deutschen Motorsport-Highlights des Jahres. Der DTM und dem Porsche Carrera Cup. Wir begleiten die Fahrer und liefern euch exklusive Blicke in die Boxengasse. Schaltet ein zum iMusicOne Newsflash vom Porsche Carrera Cup und der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Ab Sonntag, dem 18. Juli, nur auf iMusicOne. Ab Sonntag, dem 18. Juli, nur auf iMusicOne.